Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser Episode möchte ich Dir die bisher veröffentlichten DLCs für Two Point Hospital vorstellen. Bisher gibt es 4 dieser DLCs, von denen ich aber eins bisher nicht selbst besitze. Die 3, die ich Dir aber vorstellen kann, sind die größeren, die Bigfoot, Pepperly Island und Close Encounters heißen. Dies ist also ein Video für Two Point Hospital Spieler, die überlegen, ob es sich lohnen würde, eines oder mehrere der DLCs zu kaufen. Die DLCs wurden mir freundlicherweise vom Publisher Sega zur Verfügung gestellt. Dies wird aber keine Auswirkung auf meinen Bericht oder meine Wertung haben. Meine Zuschauer und Leser haben immer die höchste Priorität und daher bewerte ich alles so, als hätte ich es selbst bezahlt. Kostenlose Muster bekommen keinen Bonus. 2 Point Hospital Für den Fall, dass Du noch gar nicht so recht weißt, was Two Point Hospital ist, noch ganz kurz eine Einführung. Two Point Hospital basiert von den Grundideen her weitestgehend auf dem extremen beliebten Klassiker Theme Hospital von 1997. Der Vorgänger wurde von der Firma Bullfrog entwickelt, die auch mit Theme Park und Dungeon Keeper berühmt wurden. Später entstand aus einem Teil der Entwickler Lionhead Studios, die mit Titeln wie Black and White oder Fable bekannt wurden. Two Point Studios besteht wiederum nun aus einigen Entwicklern der ursprünglichen Version und der Vorgänger Studios, sodass hier auch einiges an Erfahrung dahinter steckt. Diese Firma wurde mehr oder weniger extra für Remakes dieser alten Bullfrog und Lionhead Klassiker eröffnet und man hat mit Two Point Hospital begonnen. Im Spiel verwaltet man ein Krankenhaus. Es ist ein Aufbauspiel mit starkem Tycoon und Management Anteil, also im weitesten Sinne eine Wirtschaftssimulation. Wie auch beim Original ist hier aber ein besonderer Teil des Spielspaßes im Humor enthalten. Die Patienten sind nicht nur witzig animiert, sondern die meisten Krankheiten stellen kleine Parodien auf existierende Krankheiten und Anspielungen auf die kleinen Problemchen bei uns Menschen dar. Und auch bei den Behandlungsmethoden nimmt sich das Spiel selbst nicht so ernst. Im Grundspiel sind 15 Krankenhäuser, also sozusagen 15 Missionen zu bewältigen, wobei diese Level je nach Spielstil schon jeweils einige Stunden in Anspruch nehmen können. Die späteren Missionen gehen auch gern mal in Richtung 10 Stunden oder mehr pro Krankenhaus. Two Point Hospital DLC Retro Items Pack Fangen wir mit dem kleinsten der vier DLCs an. Das eben angesprochene vierte DLC ist ein reines Item-Paket. Es heißt Retro Items Pack und bietet 26 Gegenstände aus früheren Zeiten zum Dekorieren im Krankenhaus. Die Liste geht von Flipper-Automaten über Musikboxen, Grammophone, eine Fotobox oder ein Reite-die-Ente-Automat und einiges mehr. Neue Level oder Krankheiten oder andere Spielfunktionen sind hier nicht enthalten. Mit 3,99 Euro ist dies auch das günstigste DLC, es bietet aber auch bei weitem am wenigsten tatsächlichen Spielinhalt. Allerdings können diese Gegenstände dann überall in jedem Krankenhaus errichtet werden und dienen als Unterhaltungsgeräte für die Patienten und Angestellten. Sie haben also durchaus auch eine Wirkung im Spiel, nicht nur optischen Effekt. Allgemeines zu den anderen DLCs Die anderen drei DLCs zu Two Point Hospital sind nach einem relativ ähnlichem Schema gestrickt. Sie erweitern das Spiel jeweils um drei zusätzliche Krankenhäuser, wobei man ein Krankenhaus als ein extra Level oder eine extra Mission ansehen kann. Dazu kommen jeweils eine Vielzahl an neuen Krankheiten, manche Krankheiten sind dabei Abwandlungen bisheriger, so dass sie optisch nichts Neues bringen, andere sind aber komplett mit eigenen Grafiken und Animationen. Und dazu gibt es dann auch jeweils noch ein paar neue Heilungsgeräte und Räume. Auch neue Gegenstände für die Räume und Flure sind jeweils enthalten und die Radiomoderation bekommt neue Geschichten und Sprüche sowie neue Musiktitel. Jedes DLC hat dabei ein besonderes Grundthema. Two Point Hospital DLC 1 Bigfoot In Bigfoot errichten wir Krankenhäuser in der Wintersportregion von Two Point County. Und da beginnt auch der erste Level namens Hotel Underlook gleich in einem eben solchen Hotel statt in einem richtigen Krankenhaus. Und wir bekommen auch kein Geld für Behandlungen direkt, sondern vom Hoteldirektor, wenn wir seine Ziele erfüllen. Das macht das Wirtschaften weitaus schwieriger. Der zweite Level spielt in einer Forschungsabteilung, so dass hier ein Hauptaugenmerk auf den Forschungsaufträgen liegt. Und im dritten Level geht es in ein altes Gruselschluss. Neue Krankheiten wie Hunde-Elend, kalte Schulter oder Monster-Manie sorgen für Abwechslung im Krankenhausalltag. Und insgesamt dreht sich vieles um haarige Angelegenheiten und Yetis. Schneestürme und andere winterlich unangenehme Zustände machen uns das Leben schwer. Gut, dass wir da zumindest ein Holzofen bauen können und etwas schicke Winterdeko bekommen, um das Gemüt wieder aufzuwärmen. Two Point Hospital DLC 2 Peberley Island Auf der Inselgruppe Peberley Island starten wir in einem völlig vermüllten Krankenhaus am Strand. Ein Milliardär möchte in dieser Gegend die Geheimnisse des ewigen Lebens erforschen. Die Tropen sind hier das grafische Grundthema und so können wir durch die drei Level hindurch tropische Krankheiten bekämpfen und uns mit den sonderlichen Ideen unseres Gönners und seiner Schmutzphobie beschäftigen. Derweil machen uns tropische Stürme und Windhosen und sonderbare Wetter wie zum Beispiel der Froschregen Probleme. Der zweite Level bietet hier eine Besonderheit, weil hier ein Krankenhaus ohne Mauern gebaut wird, so dass die Patienten völlig frei aus allen Richtungen kommen können. Und im dritten Level kommen die Patienten in größeren Wellen ins Krankenhaus, was ebenfalls eine besondere Herausforderung darstellt. In Sachen Abwechslung im Spielablauf bietet Peberley Island wohl damit den interessantesten Ansatz. Two Point Hospital DLC 3 Close Encounters In diesem ganz neuen DLC dreht sich alles um Außerirdische und auch die Gegend, in der die Krankenhäuser liegen, ist grob an die berüchtigte Area 51 angelehnt. Mit dem Unterschied, dass in Two Point Hospital die Außerirdischen auf jeden Fall gelandet sind und sie haben einige Krankheiten eingeschleppt, die nun neue Behandlungsmethoden erfordern. Neben den neuen Krankheiten wie zum Beispiel besonders krank angezogen, Science Friction, Weltallergie oder Rinderwahnsinn gibt es auch ein paar Besonderheiten. So schleichen sich Aliens als Patienten getarnt in unser Krankenhaus, lassen sich untersuchen und behandeln, bezahlen aber nicht dafür. So müssen wir immer ein Auge darauf haben, ob wir Alienpatienten entdecken, deren Tarnfeld manchmal flackert und diese aus dem Krankenhaus rauswerfen. Denn sonst sind unsere Ärzte und Pfleger bald dauernd mit Arbeiten beschäftigt, die keinen Gewinn abwerfen. Und das Erkennen der Aliens ist gar nicht so einfach. Das erste Krankenhaus in Goldpen ist von daher kompliziert zu Beginn, da alle Erweiterungsgebäude hier kein Geld kosten, sondern durch Missionen freigeschaltet werden müssen. Und da man nur drei davon gleichzeitig annehmen kann, ist das recht knifflig zu entscheiden, mit welchen Gebäuden man anfängt. Und die Krankenhausstufen für die Sterne sind dann an die Anzahl der Grundstücke gekoppelt. Und hier sind auch die getarnten Aliens besonders stark vertreten, so dass die Einnahmen zu einem guten Teil wegbrechen, durch Behandlungen von Alienpatienten, die dann nicht zahlen. Besonders wenn das Krankenhaus voller wird, wird auch die Suche nach den Aliens immer schwerer, da das Blinken der Tarnfelder im Gewusel in den Gängen schwerer zu entdecken wird. Finde ich zumindest. Als kleiner Tipp dazu, Warteschlangen vor Automaten haben sich für mich als ganz hilfreich zum Enttarnen der Aliens erwiesen. Und nach einiger Zeit erkennt man auch immer öfter das spezifische Geräusch, das die wackelnden Tarnfelder machen. Updates und neue Features in Two Point Hospital Noch etwas generell zum Spiel. Two Point Hospital ist ein gutes Spiel, man kann damit unheimlich viel Management, Unterhaltung und guten Aufbauspaß haben. Für Veteranen der Seam Hospital Reihe ist es sowieso nochmal besonders gut. Seit Release gab es neben den DLCs auch nur einige andere Neuerungen in Two Point Hospital. Das Spiel wird, besonders mit Erscheinen von neuen DLCs, auch für die Nicht-DLC-Käufer gepatcht und erweitert. So gibt es zum Beispiel die neuen gemeinsamen Forschungen, das sogenannte Super-Virus-Netzwerk. Hier kann man Herausforderungen gemeinsam mit anderen Spielern abschließen und damit weitere besondere Gegenstellende freischalten. Es gibt aber auch einige Aufträge, die man alleine schaffen kann. Dies ist noch kein richtiger Multiplayer, erweitert aber die Herausforderungen und Top-Listen noch ein wenig, mit denen Two Point Hospital bisher bereits einen Ansatz von Zusammenspiel mit den Freunden bei Steam ermöglichte. Vor einiger Zeit wurde Steam Workshop Unterstützung ins Spiel eingebaut. Bisher beschränkt sich dies auf die Erstellung von Teppichen, Bildern, Wandtexturen und ähnlichen optischen Modifikationen. Leider ist bisher noch kein Level oder Kampagnen-Editor in Sicht. Das würde den Wiederspielwert des Spiels nochmal enorm erhöhen, allerdings wohl auch die Verkaufsmöglichkeiten für DLCs stark verringern. Ansonsten werden auch weitere Kleinigkeiten eingebaut. So gibt es zum Beispiel neuerdings bei Regen manchmal Waschbären oder Frösche, die vom Himmel fallen. Ich nehme an, es soll eine Anspielung auf ein Sprichwort sein, so ähnlich wie man bei uns in manchen Gegenden sagt, es regnet junge Hunde. Abseits davon sind aber wirkliche Neuerungen leider nicht so häufig. Wirklich umwerfende neue Spielfunktionen sind bisher nicht gekommen und ich rechne da auch eigentlich nicht mehr mit. Auch ein paar kleinere Bugs sind seit Release im Spiel nichts gravierendes, aber scheinbar sieht man das Spiel sonst soweit als Final an und Bug fixes werden nicht mehr viele kommen. Vermutlich arbeitet das Hauptteam auch bereits an einem neuen Spiel, was ja aber auch nicht verkehrt ist. Ich würde mich sehr über eine neue Version von Black and White freuen, aber das nur am Rande. Meinung und Fazit Das Retro-Gegenstände DLC ist wohl wirklich nur etwas für absolute Liebhaber des Spiels. Hier wird nur ein bisschen Schnickschnack geboten für wenig Geld. Aber wer das Spiel nicht wirklich intensiv spielt, wird davon fast gar nichts haben. Die drei größeren DLCs bieten mehr von dem, was das Hauptspiel auch bietet und erweitern es sinnvoll. Allerdings darf man auch hier nicht zu viel erwarten. Nur sehr wenig, bis fast gar keine neuen Spielmechaniken werden eingeführt. Abseits von ein paar Forschungen und einer erweiterten optischen Abwechslung sind die neuen Krankheiten zwar witzig anzuschauen und lassen einen schon auch öfter mal schmunzeln, aber bahnbrechende Neuerungen darf man hier nicht erwarten. Zumal ein gewisser Teil der jeweiligen Neuerungen dann auch nur in den drei Krankenhäusern aktiv sind, die zum jeweiligen DLC gehören. Es gibt ein paar kleine Varianten vom normalen Spielablauf hier und da, aber die sind jetzt auch nie bahnbrechend innovativ und manche Level sind arg lang gestreckt. Die 3 Sterne Bewertung zu erreichen kann manchmal wirklich lange dauern. Ich denke die DLCs sind eine sinnvolle Erweiterung des Hauptspiels für jene Spieler, die die Kampagne bereits durchgespielt haben und gern mehr Two Point Hospital spielen möchten. Aber wenn du eh noch mittendrinne bist, dann würde ich damit warten. Wertung Das Retro DLC kann ich nur sehr bedingt bewerten, da ich darüber nur gelesen habe und ein paar Bilder gesehen habe. Der Preis ist mit 4 Euro nicht hoch, aber der geboten Inhalt geht auch nicht über ein paar Gags und etwas neue Optik hinaus. Etwas Abwechslung im Krankenhausleben wird dabei auf jeden Fall herauskommen, da zum Beispiel Alternativen zu dem Spielautomaten ins Spiel kommen. Aber ob einem das 4 Euro wert ist, muss man dann für sich selbst entscheiden. Nur für richtige Fans des Hauptspiels ist dieses DLC wohl eine 60% Bewertung wert. Ansonsten empfehle ich eher die Finger davon zu lassen. Die 3 großen DLCs sind sich so ähnlich vom Aufbau her, dass man sie entsprechend auch gemeinsam bewerten kann. Mit 8,99 Euro ist der Preis zwar nicht allzu hoch, aber es ist jetzt in keinem DLC etwas drin, was man unbedingt absolut braucht, damit das Spiel richtig deutlich besser wird. Wenn man Spaß an Two Point Hospital hat, bieten diese DLC mehr. Mehr von fast allem, was das Spiel sowieso bietet, ist da drin enthalten. Aber ich möchte auch hier sagen, die DLCs sind nur für Fans geeignet, die das Hauptspiel bereits durchgespielt haben oder bald durch haben werden. Wer vom Spiel nicht genug kriegen kann, hat mit den DLCs die Gelegenheit für mehr vom Gewohnten, hübsche neue Grafiken und Animationen und ein paar kleine neue Ideen im Spielablauf. Jeder der DLCs enthält neuen Spielspaß für ungefähr 10 bis 30 Stunden, je nach Spielweise und Spieltempo. Und damit sind sie für begeisterte Spieler auch ihr Geld wert. Ich gebe damit den DLCs insgesamt eine 75% Wertung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist soweit okay. Aber um so richtig begeistern zu können, müsste in einer Spielerweiterung für meinen Geschmack halt wirklich mehr drin sein. Vor allem auch irgendetwas an komplett neuen Spielmechaniken. Daran mangelt es ein bisschen und darum gibt es auch keine höhere Bewertung von mir. Diese Wertung für die jeweiligen DLCs kann noch positiver werden, wenn man sie eventuell mit einem Rabatt bekommen kann oder im Steam-Sale. Dann wäre das Preis-Leistungs-Verhältnis noch weitaus besser. Alle DLCs und bei Bedarf auch das Hauptspiel gibt es bei meinem Partner Gamesplanet immer mit einem besonderen Rabatt. Meistens gibt es zwischen 10 und 20% Nachlass. Manchmal gibt es besondere Sale-Angebote, wo der Preis noch weiter sinkt. Links dazu gibt es unten. Wenn Du über diese Affiliate-Links etwas kaufst, sparst Du beim Einkauf und ich bekomme eine kleine Provision ab. Meinen Dank dafür. Bist Du ein Two Point Hospital Fan? Hast Du die DLCs schon? Dann würde mich Deine Meinung interessieren. Und falls nicht, welches DLC würde Dich besonders interessieren? Dschungel, Eiswelt oder Aliens? Schreib es mir doch in die Kommentare oder auch gerne auf meiner Webseite zapzock.de. Es gibt von mir auch ein Two Point Hospital Tipps und Tricks Video und einige Let's Play Folgen, die Du oben rechts in der Ecke beim kleinen i finden kannst oder jetzt direkt im Bild eingeblendet. Falls Du dieses Video so richtig schlecht fandest, weißt Du welcher Knopf dafür gedacht ist. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn Du mehr Beiträge von mir sehen oder lesen möchtest und den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, mit einem Abo und der Einstellung der Glocke auf immer benachrichtigen, verpasst Du keine Videos mehr. Als Alternative gibt es auf der Homepage jetzt auch die Möglichkeit sich zu einem wöchentlichen Newsletter anzumelden. Dann wünsche ich Dir einen tollen Tag, lass es Dir gut gehen, tschau tschau, Dein Zap